Vogel Wir konnten stets zu allen Zeiten über Nichtigkeiten streiten, auf der Kirmespony reiten, mit Moonbootschlitten fahren. Wir liefen Gleitschuh und Blau an, sahen Dankes Ferienprogramm und am Wochenende spielte man Captain Future zusammen. Doch das war alles nur Vorbereitung, bald steht Gazelle in jeder Zeitung, denn er hat seit vorgestern sein Anzug aus Ballonseide an. Gazelle trainiert für Olympia. Gazelle trainiert für Olympia. Gazelle trainiert für Olympia. Wir haben für ihn ein Pferd geliehen, er meint, Dressurreiten wäre seine Disziplin so graziös und elegant. Wie das sonst nur der Prinz in den tschechischen Kinder füllen kann. Nur eine Gazelle auf einem Pferd, weil man es hat schon verkehrt. Doch es gibt noch andere Möglichkeiten, er muss ja nicht unbedingt reiten, er kann ja auch Fahrrad fahren. Oder springen. Gazelle trainiert für Olympia. Gazelle trainiert. Ganz helletrimiert Jolindia, ganz helletrimiert Jolindia, ganz helletrimiert Jolindia, ganz helletrimiert Daniela, 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 Daniel Untertitelung des ZDF, 2020